Ich lerne Deutsch. Nummer 8317 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mit einem zuversichtlichen Lächeln nimmt er die Herausforderung an. Mit einem zuversichtlichen Lächeln nimmt er die Herausforderung an. Andere zu respektieren bedeutet, sie so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Andere zu respektieren bedeutet, sie so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Ein Stück Melone bietet an heißen Tagen die perfekte Erfrischung. Diese Medizin konnte dem Patienten enorm nützen und seine Schmerzen lindern. Diese Medizin konnte dem Patienten enorm nützen und seine Schmerzen lindern. Sei ein Freigeist und löse dich von konventionellen Denkmustern. Sei ein Freigeist und löse dich von konventionellen Denkmustern. Sei ein Freigeist und löse dich von konventionellen Denkmustern. Die Erkältung hat nicht lange gedauert. Nach einer Woche geht es uns wieder gut. Weihnachten gibt es schöne Geschenke in Hülle und Fülle. Weihnachten gibt es schöne Geschenke in Hülle und Fülle. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.